Das Thema ist Kindergeburtstag. Es ist ein totaler Themensprung. Aber wenn wir es ein bisschen aufloggern wollen, wir haben Tischfeuerwerke, wir können Negerkuss essen. Sag mal Negerkuss bei Ihnen bei den Grünen. Sag mal, ein Mohrenkuss geht auch nicht mehr. Eine Mohren darf man auch nicht mehr sagen. Meine Oma hat immer zu mir gesagt, wir haben früher nie Neger gesagt, wir haben Mohren gesagt. Ja, genau. Und als ich in die Schule ging, hieß es auch noch Negerkuss und kostete 10 Pfennige DDR. Allein der Preis ist ja rassistisch. Man konnte sich die einzeln kaufen. Das war wirklich gut. Auf dem Schulweg. Sind Sie Pro oder Contra Neger in Pippi Langstrumpf? Also in Pippi Langstrumpf, da gehört es hin.